Hallo Leute, heute ist das vierte Game von Daniels Promos. Das dritte Game hat er verloren, weil, ja was heißt verloren, gedodged durch den kleinen Bug. Hat sich einfach geschlossen, zack automatisch gedodged und dementsprechend auch ein Loose kassiert in der Promo. Jetzt haben wir noch zwei Chancen und müssen beide Games gewinnen. Ansonsten sind wir wieder mal raus. Brauchst du Gold 5 Promo? Was eigentlich schon recht ärgerlich ist, du warst schon mal Gold 4. Ja. Ok, den ersten Last of All Land schon mal versaut, gut. Good job, bro. Fein. I can smell your feet. From the darkness. Oha. So, war zerstört. So, war zerstört. Gut, als du in hier reinkommst. Aber ich komm nicht mehr weg. Oho, schade, schade, schade. Ja egal. Am first plus assist. Ja. Aber ich hätte noch rausflashen können, aber... Du hast es halt nicht gemacht. Ja, und er hat auf jeden Fall, äh... Jetzt meinen Double Buff entfernt, ne? Oha, stimmt schon. Irgendwas Rise ist am besten... Ach ja, ich hab mich schon gefragt, warum er wieder da ist. Revive halt, ne? Mhm. Egal, hat er nur alle neun Minuten. Neun Minuten sind alle... Ja, ja. Deswegen benutze ich das auch. Würde ich sowas niemals benutzen, Mann. Weil neun Minuten zu warten... Nö, das wär mir zu blöd. Dafür vielleicht eine gute Aktion im Spiel zu machen. Die natürlich das Spiel entscheiden könnte, aber... Können anderes haben wir das Bett auch. Kartus ist Mist, ne? Äh, okay. Ja, ich hab mein E ab... Lass mich nicht grubben, ich stehe in der Minions. Ähm, Jarvan kommt über unseren Jarvan. Okay. Oder auch nicht über unseren Jarvan. Mal, ich hab's nicht dringend... Oh, nein. Wurfelt auf jeden Fall... Ja. Ah, hätte sie hingetroffen... ...Mut. 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 dankeschön andré ich war in den minions gestagt und er hat kein der mensch mehr bekommen von meinem letzten auto schön healpots mitnehmen gegen kathos ulti ey was soll denn das? boah wie defensiv der kathos spielt ne hat der ding jetzt mir keinen rap buff gegeben? er hat doch einen rap buff aber nicht weiss ich nicht das kann ich dir echt nicht sorgen ja ok leona tot wie das denn? hat sich grabben lassen, dann ingons ulti drauf ach boah kotzt mich das jetzt grad an und es braucht viel effort um so zu gehen und heilen jona? Der Kugel nicht am Tower rumpimmeln würdest. Oh lol, nice. Was? Was denn? Wir haben halt gedivet, ich hatte das Ignite drauf und hab dann halt von Herrn die Ulti bekommen. Boah. Sonst wär ich verreckt. Hat er gut gemacht. Jetzt schnell weg bevor Kartus mich ultiert oder so. Ja. Ich denke mal, so schnell sollte er sie hoffentlich nicht wieder abhaben. Aber ich hab nicht geguckt, was er gebaut hat. Ob er jetzt CDR hat oder... Vorsicht, besser als Nachsicht. Ja. Jens ist ja. Nö, der kann keine Ulti haben. Ja, ich wollt grad sagen. Das passiert schon mal, dass man sich verschätzt. Ja. Ja, wenn ich das erste mal. Ja. Also allgemein. Lol. War und Twitch anscheinend gut aus. Irgendwie. Warum auch immer. Wie auch immer. es kommt nix es kommt nix Oh Gott, war jetzt nicht dazu gelohnt, halt Kathos. Boah, Botlane haben wir jetzt Fransch getötet. Hab ich gesehen. Witch ist mit Nix an Leben weg, aber er kann keine Farm kriegen. Ja. Hat die Luna Eichgift gemacht. So eine Grabs. Ich hab keinen Mana. Aber egal, egal. Ja, wohl doch. Lass es machen, dann können wir danach einen Drake machen. Jo. Ah, das ist ein normaler Bord drin? Aber sehentlich ja nicht. Hast du Ulti? Mhm. Dann mach mit, Leona Ulti. Combo. Oh, Leona. Hat auch weit gerochen, hätte. Ja. Ich hab auch noch Ulti. Ich werde auch meine Ulti zünden. Ja. Go, jetzt. Natürlich. Oh, sorry, Bro. Boah. Der E. Der kann aber nicht viel Overkill gewesen sein, wa? Äh. Oh. Äh. Ein Rapper. Nein. Ein Rapper. Das ist nicht gut. von den items her verkauft Twitch ist wieder weg oder? Jo Weil die sind im Visible Scherben zu Ja der pusht schon wieder so hart Ja, Switch. Willst du deinen Rapper Farmen? Hm, der hat keinen Fall. Jo, so go. Mehr kann ich nicht tanken. Alles gut. Wie gesagt, ich will deinen Rapper Farmen. Ja. Ich bin sehr erfreundlich von ihm. Schon, ich auch, ne? Vor allem, ich habe genau in der Sekunde die Ulti wiederbekommen. Sonst hätte ich es da schon viel früher drauf gemacht. Doch! Ich habe seinen Flash noch rausbekommen von Flash. Ja. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß. Aber ich kann nicht mehr. Ich habe mich nebenbei. Ich bin nicht passend weggegangen. We have full life. BG, 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 BG. BG, 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 B Ich hab Twitch noch getroffen, obwohl er unsichtbar war. Der kriegt einen J4. Na gut, noch einen Assist war er hinbekommen. Twitch geht unsichtbar und steht einfach. Damn Bates, hast du gesehen? Loll. Sehr blöd von mir. Ich wollte Shen helfen. Ich wollte Shen doch nur helfen und dann gestorben. Weil ich Thresh haben wollte. Thresh halt aber jetzt. Wollt wert sein. Na, Mitte ist tot. Der Jax wird noch ein richtiges Problem. Ja. Ja. Ja, wie jeder Jax halt. Da ist er. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Drei, zwei, eins. Ich bin safe. Alright, ja. Check mal ab, was der so macht. Ja, ich bin auf dem Weg. Die Nacht ist mein Welt. Der Nacht ist mein Welt. Okay, da war ein Vision-Wort drin. Da ist das Kartus. Da ist das Kartus. Ja, das Kartus, Mann. Yep. War Twitch ist auch da, ne? Oh. Mann, da haben wir das auch noch fehlen. Da ist sie gerade Ja, ich versuch Was ist Jax? Ist eigentlich nur Jax? Sooo Ah, ist alles zum Quatschen Ah, ich mache das gleiche Bild, wie ich gesagt hatte Erst das Blade und danach was Tink? Giant's Blade oder so Wir haben aber auch nie da Stratus Loll Wie lange noch bist du mir hier? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Äh Ich dachte echt, da läuft schon meine Ulti rein, aber Ich bin total in die ganz andere Richtung gelaufen, natürlich Boah, dieser Lucky Wenn ich nicht Ja, was ist Lucky? Es ist halt Twitch, ne? Nimm mich wo, ja Warte Du sollst es allein schaffen, oder? Ja, ja, den Sehe ich mir gleich Der Katz kommt auch, pass auf Kannst du rüberjumpen? Boah Warte, Leonhard kam Aber Leonhard ist auch Hm, aber Leonhard ist auch Da ist Kati Wer soll dich ulpen? Der Shen Da kam Twitch auch Twitch kam Ja, da kann ich nur reingehen Boah, komm schon, der Twitch ist doch Was, nein? Ich mach den Red dann, ja Bevor die den machen Ja, ja Boah, jedes Mal laufen die so mit ein paar AP rum Dann Jetzt hat Twitch 7, 3 Hey Jetzt mit diesem, ich sag mal, nicht so Arsenal an Items Ich hab keine Chance, Mann Der frisst mich Ich hab keine Chance, Mann Ja, das ist der letzte Zeit Das war's dann, dank dem Dodge wohl mit meiner Promo Wie gesagt, Riot hat ein scheiß System, was das angeht Wobei, wir haben eigentlich noch Ryze, ne? Gegen Jax Hat Ryze wenigstens Frozen Heart? Noch nicht, aber scheint er zu bauen Oh, guck, dass du irgendwie wegkommst Komm, kommst du? Ich hoffe, du hast mal in der Nähe oder so Ja, was? Kann ich nichts mehr machen, Mann Ja, die laufen nur die ganze Zeit durch die Gegend Ja, was hätt ich machen sollen, Mann Ja, die laufen nur die ganze Zeit durch die Gegend Ja Ja Ryze war auch immer so cool rumlaufen Botline will. Seine Karte ist die ganze Zeit. Jetzt weiß ich auch was ich vergessen habe. Wir haben bis jetzt keinen anstrengigen Teamfight und die haben uns halt gezwungen ständig im Team. Da habe ich den Thresh noch geholt. Ich bin das noch. Wir gewinnen das noch. Das will ich hoffen. Die haben echt gut. Wir hatten noch keinen Dragon. Das Game sah eigentlich erst voll gut aus für uns. Das war's, oder? Ja, zumindest in Ordnung war's. Ja, das war's super. Nein 370 AP Vorsicht, die Plong zu dir runter andre Oh ok Wie viel hinten noch bis zu deinem Muramann? Mh, 300 280 Boah, WTF, Alter Boah, WTF, Alter Noi Ach, die Ratelette auch Go Du hast dein Ding, ist nicht betroffen, ein Q Ja Boah, ey, hätte ich ihn getroffen, hätte ich ihn noch gekillt, auf jeden Fall Ja Ah Ach Boah, hast du dir direkt den Q-Q schießen nach meinem Dingens, nach dem E Da geht's So häufig mal eben daneben Viel zu sp... Ey, dafür ist doch der Fitch noch, so lowlife oder so Irgendwas Ich habe einen Q-Q getötet Ich habe einen Q-Q getötet Ich habe 25 Gold bekommen Lol Wir haben noch nicht mal einen Q-Q Ja Äh, ein Tower Ja, stimmt jetzt, wo du sagst, aber das ist richtig Boah, die Lane war doch so hart gewonnen eigentlich Ja Ja Ich habe mich jetzt Ab 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 Boah, jetzt ist der Twitch Legend, der wie nachher mal die Land verloren hat, ne? Boah, 30 Leute. Da ist Twitchy noch, ne? Ne, das war nix. Du folgst, ne? Mhm. Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen, ne? Boah, natürlich überlebt er das dann, ne? Boah, wir haben Tau. 80 Stacks noch. Dann hab ich meinen Muramana. Boah, wie kann der das überlebt haben, ne Twitch? Der hat aber noch 200, 300 Life drin, ne? This way. The night is my veil. Ich weiß nicht, Stacks. Aber jetzt sollten wir eigentlich rein, ne? Wird jetzt nicht da, ne? Ja, Jax auch. Die, 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 die... Andere da hinten. Und er furcht auf den... Nein, auf die Idee kommt ja keiner. Der Ryze nimmt ja lieber jeden anderen. Ja. Ich werde Spirat auf jeden Fall reporten. Das würde sein unspreuliches Verhalten. Ja, dann dürfen wir die Promo jetzt nochmal von vorne anfangen. Erstmal wieder zur Promo kommen überhaupt. So. Und ja. Bis morgen Leute. Tschau. Tschö.